Wir sind ja jetzt in Freem und wir haben noch ein paar Wildfahrten, die Hängebrücke dort. Voll, Hängebrücken-Profi. Ja, jetzt steigen wir auch zur Welt, liebe. Ich habe eine sehr gute Idee. Wir haben heute noch mal Vergnügen. Wir hatten sechs und meinen, der wir sind wohnen. Wir haben sechs und Kanten eine Kanten, die ich auf dem Weg versen Scripture sehen und einige Jahre. Und wir haben acht Jahre, die wir machen, die wir hier in der MitteARstellung haben. Wir haben hier eine Kanten-Kanten. Wir haben uns im Ende. Wir haben hier zu sein, die wir hierher Mai vorwounen. Wir haben die Kranten. Vielen Dank.